Das ist ja eigentlich schon für 14 Menschen heute gegen ihn gespielt anscheinend. Ähm, wie hast du denn so komisch gefühlt oder heute ist schon wie lange noch vorbereitet? Ich denke, dass es nie mehr war, wenn ich jetzt ein Bruder spielte. Ich weiß nicht, wie gut ich passt. Ein Jahr lang hat man ihn umgeladen gespielt. Erst, zweit und hin, dritte. Ich habe vorhin natürlich den Zepter überholt. Nein, dann kommt man los. Endlich noch ein Jahr. So weiter. Man konnte endlich nicht spielen. Natürlich geht niemand besser wie eben. 60 Minuten, wenn ich von dir technisch bleibt besser. Wenn du da einfach an der Küche keinen Aufschluss von, an die du da ist kein gekonnt hast. Sie haben die Chance, du da ist kein genutzt. Das ist die Standart zu machen. Wie kommt? Hat man bestimmt eine gute Ruhe von uns. Also in der Schlechtstraße geladen. Aber ja, die sind nicht für Kasschen wollen. Wir machen jetzt. Wird noch denn ein Jonny Bischofs gefehlt. Für, dass der Matchlohn nach dem Jankes geht. Weil, äh, ich mag das, was wir hier selber auch. Auch von den, aufgrund von den unglücklichen Situationen da kommen. Er wird trotzdem in den vier noch ein bisschen mehr Druck gemacht. Ja, und Jonny Jasen von uns ist ein Spieler. Das war krank. Wie ich gerade schon wusste. Für den Trainer habe ich halt auf den Banken gesagt. Wie man es natürlich. So wie man kann es auch wissen. Das ist ein Wahnsinn. Schmengen. Wie ist es auch so? Sie hat noch einen guten Bischofs-Mensch geholt können. Die Kilo. Oh, das wird mir anfangen. Ja. Alles ist gut. Schmengen. Wie hat sich das Neues mit einer Karnung? Das hat nicht mehr geschieht, dass sie vielleicht am Kampf ein bisschen mehr am Match werden. Sie holten mich. Sie holten mich. Sie ist zehn Minuten. Wenn Sie den Match machen, dann hätten wir nicht viele Chancen. Kommt mir nicht an den Match. Wenn der App Oi. Tja, uns fünf Minuten geht nach. Ich schäte das Lachen im Hintergrund. Bis zum nächsten Mal. Also flach. Alles zur Rückmeldung. Ich darf mich nicht mehr so? Ich darf mich nicht mehr. Also nicht mehr so.